servus leute der dirk von der frank content metal time hier mit einem neuen video heute schaffe ich es endlich mal mein video dafür fertig zu stellen die german vinyl challenge 2024 das ganze natürlich über die german vinyl community da will ich mich natürlich auch gerne beteiligen da als erstes mal ein großes dankeschön an den timo von vinyl und gehen da raus für die möglichkeit dass ich mich da beteiligen kann vielen dank an den timo wie gesagt so 18 fragen soll es geben ihr habt es sicherlich bei dem einen oder anderen kollegen schon gesehen auf was es da ankommt was auf euch zukommt deswegen schnack nicht lang rum haus intro nein und dann geht es auch gleich los so wie gesagt 18 fragen beinhalten diese ganze challenge und die gehen wir jetzt der reihe nach und nach mal durch ich starte mit frage 1 blende euch die ganzen fragen dann immer im einzelnen ein und ja viel spaß bei dem video bin mal gespannt wie eure meinung dazu ist ist ja bei mir eher so ein bisschen der metal lastige bereich aber ist der ein oder andere ausreise in andere musikgenres auch mit dabei also let's go frage nummer eins was ist der holy grail deiner schaltplatten sammlung entweder rarität oder auch ein persönlicher grail ja was ist mein persönlicher holy grail ich bin jetzt einfach mal nach dem wert der platte gegangen jetzt unabhängig davon weiß ich welche platte für mich wichtig ist oder nicht da gibt es doch einige dann wären wir wieder nicht fertig deswegen habe ich mir eine rausgeguckt von einem mittlerweile ein mann projekt zu dem zeitpunkt wo dieses album ist ihr debüt rauskam was noch ein duo projekt aus den niederlanden nennt sich schilma gogna und das ist die merchants wie gesagt ihr debüt album wertigkeit momentan ich bin da immer so bei discogs und guckte immer so was in so niedrig mittel höchstpreise klar ist immer so ein bisschen mond preis technisch auch unterwegs das album wird momentan angeboten bei 250 bis 300 euro fragt mich nicht warum dem so ist ich habe keine ahnung ist eine limitierte edition ich weiß auch gar nicht wie viel doppel lp in klassischem schwarzen vinyl also ich weiß jetzt wirklich nicht warum dieses album so hoch gehandelt wird keine ahnung auf jeden fall wer auf schön melodic death metal steht so auf dem album klingt so ein bisschen amon amas noch ein bisschen mit raus auf den anderen werken kommen wir später noch mal dazu sind es ein bisschen progressiver geworden ein bisschen mehr anteil aus anderen metal anteilen noch mit dabei aber das wäre so mein persönlicher wertigkeits holy grail das ist schilma gogna und die emergence soviel zum thema frage nummer eins frage nummer zwei besitzt du eine schallplatte dessen a seite sich qualitativ sehr von der b seite unterscheidet nein habe ich keine zumindest nicht wissentlich qualitativ kann ich sagen ist es von der musik her dass die a seite super gut ist in die b seite eher so naja so filler oder ist es einfach auch aufnahme technisch sowohl als auch habe ich da keine möglichkeit euch dann beispiel zu nennen habe ich leider nicht frage nummer drei welche aktuelle platte einer deutschen band oder interpretin würdest du einem oder einer fremdländischen freundin empfehlen ja aktuell aus deutschen landen habe ich tatsächlich wirklich nichts am start aber wenn deutsche bands irgendwo empfehlenswert wären für mich kommt für mich immer eine band in betracht warum auch immer eine punk band aus bremen die dimple mainz dimple mainz superschöner rotziger punk rock ich weiß gar nicht ob es die band noch gibt ich glaube die gibt es gar nicht mehr aber das ist so meine empfehlung wenn musik aus deutschen landen und ein bisschen spaß noch dahinter stehen muss dann auf jeden fall die dimple mainz frage nummer vier hast du eine platte auf der entweder drei gitarristen zwei schlagzeuger oder vier vokalisten am start sind kein orchester oder chor da habe ich auf vinyl tatsächlich nichts am start da fallen mir pauschal sofort die alben von iron maiden ein mit drei gitarristen ab der brave new world das wäre für mich so das beispiel mit drei gitarristen iron maiden ab der brave new world frage nummer fünf hast du eine live platte die auf einem konzert bzw während einer tournee aufgenommen wurde bei dem du dabei warst verrate uns woran du dich besonders gut erinnerst die frage kommt von hyphy anonym ja habe ich tatsächlich da gehen wir jetzt ein bisschen raus aus dem metal bereich das ganze schon datiert im jahr 2014 damals hieß es noch o2 world jetzt ist es ja die barkley arena hier in hamburg und da war ich damals live dabei wusste auch gar nicht dass diese show aufgezeichnet wird das ganze nennt sich mit den gezeiten kommt von san jano san jano war ich damals hier in der jetzigen barkley arena mit dabei und ja gibt es eine tolle story dazu ja oder woran ich mich besonders gut erinnere sind eigentlich zwei sachen zwei sachen zum einen gab es in dieser arena einen wunderschönen duckstein stand und ich liebe ja duckstein bier von daher war ich da des öfteren dann zugegen habe nachschub geholt was mir dann nach dem konzert so ein bisschen nachgang hat so ein bisschen leichte stand schwierigkeiten beim rausgehen aber das kommt ja mal vor und zum zweiten wir hatten super super gute sitzplätze plätze mega gute sicht auf die bühne und neben uns saß beziehungsweise stand dann irgendwann ein älteres ehepaar beziehungsweise nur die frau stand und hat voll abgefeiert hat mega fun bei diesem konzert gehabt und neben ihr saß so ihr ehemann der nicht so wirklich den eindruck gemacht hat als ob er da wirklich begeistert war da saß dann so diese zweieinhalb stunden konzert er so so vor sich hin und hat er an die auf dem boden gestartet und war mächtigst begeistert wie gesagt von dem konzert und ich glaube der war froh wie das rum war seine frau mächtig am abdancen daneben und er natürlich immer so die spaßbremse ja da kann ich mich noch super gut daran erinnern wie dieser mann daneben und saß und hat da schwerst begeistert dann auf die bühne gestartet beziehungsweise mehr auf dem boden wie auf die bühne das sind so die sachen neben dem duckstein stand wo ich mich dann noch gut bei diesem santiano event erinnern kann dir dann wie gesehen hier live in der o2 world dann später auch veröffentlicht worden ist frage nummer sechs kannst du aus schrott geld machen präsentiere uns eine platte die dir nicht gefällt so als wäre sie super toll ein absoluter meilenstein der neuen amerikanischen heavy metal szene ich glaube so was ist schon lange gefordert worden und es ist lange 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 darauf gewartet worden bis endlich so ein machtwerk der ultimativen musikkunst des heavy metal veröffentlicht wurde das ganze nennt sich and justice for none und kommt von einer band einer absoluten überflieger band muss man ja sagen ich sag nur sänger ivan moody und ich sag five finger das punch und wer dieses album nicht hat der hat glaube ich den kontakt zur realität verloren dieses album muss man unbedingt haben wie gesagt eine absolute meisterleistung des neuen amerikanischen heavy metal unfassbare hymnen auf diesem album knapp eine stunde unfassbarer genialer sound mega arrangements in den songs super kurzweilig hört man am liebsten drei vier mal direkt hintereinander das album cover gibt natürlich schon die richtung vor in welche richtung es geht da gibt es dann geschossen an an songs auf die ohren die da kann man gar nicht anders also die platte muss in dauerrotation laufen also wer dieses album nicht im schrank hat leute unbedingt kaufen five finger das punch und die and justice for none natürlich gab es diesen vinyl titel vorher natürlich noch gar nicht zumindest so ein bisschen abgeändert gab ja wohl schon mal irgendwo so eine thrash metal band aus bay area die auf diesem fast ähnlich klingenden album zwar den bass vergessen haben aber dieses album macht das alles wieder wett das ist ein meilenstein wie gesagt muss man unbedingt haben five finger das punch und und schaust es von nahe frage nummer sieben welches album hast du in verschiedenen formaten und warum ja da greife ich noch mal auf die holländer zurück aus frage nummer eins schilma gogner das ist ihr zweitlings mein werk trans science habe ich tatsächlich anfänglich erst auf cd gehabt und auch in digitaler form und nachdem ich dann später mehr und mehr so in diese vinyl richtung gegangen bin musste ich mir dieses album natürlich noch auf vinyl nachkaufen das ist der grund warum ich erst die cd dann die digitale version natürlich und dann zum schluss meine variante in vinyl form habe frage nummer 8 welche schaltplatte hörst du am häufigsten mit deiner partnerin deinem partner oder deinen freunden da gibt es ganz klar eine scheibe hier bei mir und da sind wir wieder außerhalb von der metal szene wir gehen in richtung kubanische musik ich sage nur musiker jenseits weit jenseits der 80 leider in dieser konstellation nicht mehr existent aber nachfolge erhalten dieses projekt aufrecht das ist so diese typische sonntagmorgen platte im hintergrund buena vista social club mega mega geiles album rappelt bei mir ganz ganz häufig am wochenende zum frühstück macht einfach spaß macht einfach spaß das ist so das album was bei mir daheim zusammen dann mit meiner besseren hälfte wie gesagt sonntag morgens dann meistens zum frühstück krabbelt buena vista social club frage nummer 9 hast du ein reguläres album einer band oder interpret das in verschiedenen ländern in unterschiedlichen cover varianten erschienen ist ja habe ich natürlich von einer band diverse alben die ich jetzt allerdings hier nicht in die kamera halten werde eben aus besagten gründen fällt mir natürlich aus dem metal bereich eine band an cannibal corbs natürlich und was mir da sofort ins auge sticht oder in den kopf kommt ist einmal die weil und einmal die torture warum in verschiedenen cover varianten ganz einfach weil die cover in deutschland indiziert waren und dementsprechend in anderen alben varianten oder cover varianten dann auf den markt gekommen sind deswegen möchte ich da nichts in die kamera halten erwähnenswert ist auf jeden fall cannibal corbs ja auf jeden fall was diese diversen oder verschiedenen cover angeht frage nummer 10 welche eine platte die du als jugendlicher gekauft hast würdest du niemals weg geben gar keine gar keine egal ob ich die als jugendlicher gekauft habe oder jetzt oder ganz aktuell erst gar keine würde ich hier geben sonst hätte ich sie mir nicht gekauft ganz einfach frage nummer 11 welche platte hast du auf einem konzert gekauft und vor ort von einem band mitglied signieren lassen dieses jahr im februar ist tatsächlich gewesen ähm die jungs waren support auf der tour von cataclysm nämlich stillbirths eine band aus nordrhein-westfalen spielen brutal das metal der allergeilsten zwar der also wer es noch nicht kennt anhören wer auf extrem metal steht stillbirths mega und die jungs habe ich dann am merchandising stand abgefangen habe mir die platte geholt und die waren so freundlich alle mann dann haben wir alle mann die platte signiert sehr geil coole band coole truppe ähm stillbirths aus nordrhein-westfalen frage nummer 12 welches album legst du auf wenn du schlimmen liebeskummer gehabt hast oder hast pohr schwierige frage weil in der situation war ich glücklicherweise noch nicht aber wenn dann müsste natürlich irgendwie so ein bisschen was melancholisches trauriges tragendes sein aber auch immer noch mit einer gewissen grund hätte und da fällt mir nur eine band ein und ich liebe dieses album abgöttisch einer meiner absoluten lieblings alben einer band aus österreich namens an der welt und die 20 84 das ist eine anlehnung an den george orwell roman 1984 4 songs sind da drauf und wenn das ein ganzes album ist weiß man natürlich auch wie lang diese songs dann sind die bewegen sie irgendwo zwischen 10 12 13 minuten alle diese songs sehr wie gesagt melancholisch sehr ja fast traurig tragend depressiv teilweise aber alles mit einer massiven herzen hätte wo dann teilweise auch diese geschwindigkeit ein bisschen wechselt ähm super interessante scheibe an der welt und die 20 84 das wäre meine antwort auf diese ja liebeskummer szenarien hoffentlich tritt's nie ein an der welt frage nummer 13 welches album cover ist für dich einfach kunst ja da konnte ich mich nicht so entscheiden deswegen habe ich gleich drei deren genommen zum einen ich mache es kurz und schmerzlos benediction transcend rubicon super geiles album tolles cover art gefällt mir mega gut am office tales from the thousand lakes super schönes artwork tolles album einer der ersten wenn ich glaube sogar das allererste da haben sie noch ein bisschen das lastiger musik gemacht und einer meiner favorite alben dieser band immortal in the heart of winter mega schönes cover artwork und transportiert aus diesem bild auch wirklich die die stimmung und und die atmosphäre dieses album super schönes album drei tolle artworks auf dem cover deswegen alle drei weil ich mich einfach nicht entscheiden konnte frage nummer 14 welche deiner schaltplatten war am schwierigsten zu erlegen die jagd nach welchem schatz gestaltete sich am schwierigsten kann ich euch tatsächlich keine zeigen weil ich hatte bisher keine schwierigkeiten zumindest keine großen schwierigkeiten die platten zu kriegen die ich möchte nachdem ich auch nicht unbedingt jetzt so der der first press jäger bin oder der ultra hardcore brutale extreme limited edition mensch stellt sich oder stellte sich die frage für mich bisher eigentlich noch nicht von daher kann ich die frage nicht beantworten ich hatte bisher eigentlich noch keine schwierigkeiten das zu kriegen was ich auch möchte frage nummer 15 welche schaltplatte in deiner sammlung hat das früheste release datum und was ist die geschichte dazu ganz einfach 1970 die purple in rock kurz und knapp geschichte dazu habe ich recht günstig gekriegt zusammen mit der perfect strangers die ja glaube ich in acht nach anfang der 80er dann rauskommt ich glaube 82 oder 85 meine älteste platte 1970 release datum die purple in rock warum habe ich mir die gekauft ich bin ein riesen fan von dem song child in time ich liebe diesen song dieses psychedelic artige diese keyboard orgel geschichten da drin mega song deswegen wollte ich dieses album unbedingt auf platte haben das war der grund warum ich die gekauft habe wie gesagt in der kombo mit der perfect strangers natürlich zu einem coolen preis erstattet ergattert wie auch immer ja genau frage nummer 16 welche platte hatte ich in eine komplett neue welt entführt und damit dein leben bereichert ob die platte mein leben bereichert hat das lassen wir jetzt mal offen auf jeden fall hat es mich noch mal ein stück weit in eine andere art von musik eine andere art von metal reingebracht und zwar geht es um eine das doom truppe aus den usa die es geschafft hat mit nur einem einzigen album wirklich kultstatus zu erlangen und dieses album ist so bitter bitter böse finster düster dunkel und die musik spiegelt sich auch in dem cover artwerk wieder winter und into darkness wie gesagt so was finsteres düsteres schleppendes dummiges hat man wirklich manchmal so das gefühl du musst den platten spieler anschieben so langsame parts sind da mit drin dann nimmt das ganze wieder ein bisschen fahrt auf aber ohne irgendwie aus dieser düsteren atmosphäre rauszukommen unfassbar geiles album das ist so ein album wo ich sag boah hätte ich früher sonst nicht gehört ich bin nicht so der große doom fan aber das ding ist ein hammer das ding ist ein hammer das hier die deluxe version oder extended version nochmal mit der EP dann eternal frost beides ist dann im roten Venue ist eine super schöne booklet collage noch mit dabei super ding winter into darkness frage nummer 17 welche platte ist dein lieblings bootleg oder counterfeit ja das ist relativ einfach und ich habe da bei discogs mal recherchiert und diese variante dieses albums ähm gibt es momentan was ich gesehen habe glaube ich drei angebote bei discogs die günstigte liegt bei roundabout 2000 dann so der mittelpreis als angebot liegt bei 4000 und der höchstpreis aus niederlanden liegt momentan bei schlappen 5999 euro basserie mit dem yellow goat ähm hier natürlich counterfeit habe ich auf einer börse gekauft für schlappe 20 euro soundtechnisch völlig okay läuft gut ist alles prima klar logischerweise bei diesen preisen was das ding normal kostet ähm finde ich geil basserie geht immer vor allem dieses album und die yellow goat wie gesagt version junge junge die preise bezahlt ja darf das gerne tun ich tue es nicht ich nehme lieber die deswegen meine antwort kommt übrigens von moshbit passion von caio schöne grüße gehen an dieser stelle raus unbedingt den kanal checken beim caio immer richtig informativ richtig cool einschalten meine antwort zu der frage von caio basserie und die yellow goat self titled natürlich frage und die letzte frage nummer 18 all killer no filler auf welchem album gibt es nur gute songs da war ich so ein bisschen hin und her gerissen weil ich da tatsächlich mehrere alben habe auf die diese aussache zutreffen würde wäre zum beispiel auch eine immortal scheibe gewesen aber nachdem ich die schon bei den covern dabei habe habe ich mich für eine band entschieden die es so leider nicht mehr gibt dieses album ist ihr letztes studio album das veröffentlicht wurde in teilen lebt diese band noch zusammen mit teilen von benediction namens memoriam ich spreche natürlich von bolt thrower und hier die those ones loyal killer absolutes brett meiner meinung nach das beste bolt thrower album und leider wie gesagt auch das letzte das veröffentlicht wurde wer die band nicht kennt wer auf schön death metal steht der nicht ins ultimative geprügel reingeht immer schon ein bisschen gediegen vom vom gaspedal ein bisschen dezent ist unbedingt bolt thrower anhören mega those ones loyal meine antwort auf frage nummer 18 no filler just killer this one so und das waren sie meine antworten zu den 18 fragen der german vinyl challenge 2024 nochmal vielen dank an den timo dass er mir die möglichkeit gegeben hat mit teilzunehmen bin ich natürlich gerne wieder dabei ich mache sowas super gerne schaue mir natürlich auch immer ganz gerne an was die anderen so im angebot haben da lernt man viele viele neue musik viele neue bands natürlich auch kennen und von daher macht es immer tierisch spaß sowas mitzumachen ich hoffe es war ein bisschen unterhaltsam ich war jetzt nicht zu lange aber ja freue mich über ein abo über ein like über ein kommentar ob jetzt positiv oder negativ ist beides völlig okay und ja demnächst gibt es weiter mit vinyl ich bin mein an meiner wand gestaltung noch mit meinen platten an der wand noch beschäftigt da kommt demnächst auch wieder was neue platten gibt es natürlich auch wie immer hier auf der franconian metal time seite bis dahin macht's gut vielen dank für die aufmerksamkeit schönen abend an euch alle da draußen macht's gut ciao 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 ciao